Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema, die Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche auf Ebay Kleinanzeigen. Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche auf Ebay Kleinanzeigen. Betroffene sind Verkäufer, die in ihrer Anzeige ihre Handynummer angegeben haben. Wie funktioniert die neue Betrugsmasche auf Ebay Kleinanzeigen? Die Betrüger melden sich auf Angebote, aber nicht über die Kontaktfunktion innerhalb von Ebay Kleinanzeigen. Sie schreiben die Verkäufer direkt an, die ihre Handynummer mit Angaben hinterlegt haben. Gerne auch per WhatsApp. Wollen die Ware direkt kaufen und schlagen damit vor, zur Bezahlung, die, tja, angeblich sicher sein soll, Sicherbezahlen-Funktionen von Ebay Kleinanzeigen zu nutzen. Hier schlägt dann der Betrug zu, anstatt das sichere Bezahlen. Genau wegen dieser Sicherbezahlen-Funktion scheint erstmal alles in bester Ordnung zu sein. Doch die Verkäufer bekommen von den Betrügern einen gefälschten Link zu einer Bezahlseite zugeschickt, die der Sicherbezahlen-Seite täuschend ähnlich sieht. Dort sollt ihr dann eure Bankdaten eingeben, damit euch das Geld direkt auf euer Konto überwiesen werden kann. Nur mit genau diesen Kontodaten räumen die Betrüger dann das Bankkonto von euch komplett leer. Keine Bankdaten angeben oder Sicherheitsfragen beantworten. Was die neue Betrugsmasche von bisherigen unterscheidet, die Opfer kommen über den Link der Betrüger nicht nur auf die perfekt nachgebaute Ebay-Bezahlseite. Ihr werdet dort auch noch von einem Live-Support-Chat, also einen Mitarbeiter in einem Chat, begleitet, der euch an die Hand nimmt und sicherstellt, dass auch Bestätigungs- und Sicherheitsabfragen der Bank im Sinne der Betrüger ausgefüllt werden. Dahinter steckt allerdings, wie immer, nur das Ziel, sämtliche Sicherheitschecks zu umgehen und dem Opfer problemlos das Konto plündern zu können. Keine Telefonnummern angeben. So schützt ihr euch davor. Wickelt alles immer ausschließlich auf der Ebay-Webseite ab, wenn ihr dort ein Angebot erstellt habt. Gebt in eurer Anzeige nicht eure Handynummer an und reagiert niemals auf Links, die euch von potenziellen Käufern zugeschickt werden. Wenn erst einmal Geld von eurem Konto abgebucht und meist ins Ausland überwiesen worden ist, dann liegen die Chancen eher bei Null, um das Geld jemals wiederzusehen. Es gab in der Vergangenheit bereits mehrere Betrugsmaschen auf Ebay. Zum Beispiel, dass man über Western Union Geld ins Ausland zahlen soll. Oftmals melden sich hier direkt auf der Plattform kriminelle Betrüger mit sehr, sehr krimineller Energie bei größeren oder teureren Angeboten, die jenseits von 500 Euro liegen. Die Betrüger schicken euch dann eine E-Mail von einer angeblichen Bank, die das Geld erstmal in Treuhand übernimmt und das Geld so lange verwahrt, bis ihr das Paket angeblich versendet. Beziehungsweise das Paket beim Empfänger angekommen ist. Nun ja, wenn ihr das Paket verschickt, dann bekommt ihr kein Geld, sondern lediglich die Bestätigung, dass das Geld nun innerhalb von zwei Bearbeitungstagen auf euer Konto transferiert wird. Das Geld werdet ihr allerdings nie sehen, wenn ihr das Paket verschickt habt. Ihr habt quasi teure Ware verschickt und seht hierfür keinen Cent. Die Betrüger stellen das Angebot einfach unter neuem Namen in einem anderen Land, wieder neu online und verkaufen eure Produkte, die ihr eigentlich zu Geld machen wolltet. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden am Ende von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alles schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.